Als SDK-Gesundwerker stehen wir unseren Firmen, Kunden und Banken seit über zehn Jahren mit individuellen Gesundheitskonzepten zur Seite. Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist für jedes Unternehmen von großer Bedeutung. Denn Gesundheit führt auch zu höherer Produktivität und Arbeitszufriedenheit. Wir, die SDK-Gesundwerker, helfen nicht nur Ihren Mitarbeitenden, sondern auch Ihr Unternehmen erfolgreicher zu machen. Unser Angebot ist sehr umfangreich und beinhaltet beispielsweise einen schnellen und umfassenden Check-up, in dem Ihre Mitarbeitenden ihren aktuellen Gesundheitszustand erfahren. Bei den vier verschiedenen Screenings, der Stoffwechselanalyse, Herz-Kreislauf-Analyse, Körperanalyse und Atmungsanalyse werden über 60 wichtige Vitalparameter gemessen. Im Arbeitsalltag kann es eine Herausforderung sein, sich bei wenig Zeit hochwertige und gesunde Mahlzeiten selbst zuzubereiten. In unseren Ernährungsworkshops sensibilisieren wir Ihre Mitarbeitenden für den Zusammenhang von Ernährung und Immunsystem. Eine Möglichkeit hierfür ist die Mahlzeitenvorbereitung, die wir Ihnen vor Ort anhand von Meal-Prep-Rezepten und deren Zubereitung näher bringen. In stressigen Alltagssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und stets leistungsfähig zu bleiben, ist für viele Mitarbeitende eine Herausforderung. In der 30-minütigen Praxiseinheit Entspannung werden Sie Techniken kennen und anzuwenden lernen, um das individuelle Stresslevel auch im Berufsalltag senken zu können. Bei unseren Angeboten legen wir besonders viel Wert auf die nachhaltige Umsetzung im Büroalltag. So auch in unseren Vorträgen Mind, Body and Soul. Hier bekommen die Teilnehmer einfach umsetzbare Tipps und Übungen zu den Schwerpunkten Achtsamkeit, Bewusstsein, Unterbewusstsein sowie Bewegung und Ruhe. Auch in unseren Praxiseinheiten zum Thema Bewegung und Rückentraining werden Ihren Mitarbeitenden Kräftigungs- und Mobilisationsübungen in Kursen und am Arbeitsplatz gezeigt. Und zusätzlich wird ein grundlegendes Verständnis für ein leistungsfähiges Herz-Kreislauf-System vermittelt, die Sie im Alltag umsetzen und beachten können. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus unserem Leistungskatalog. Sie möchten Gesundheit anbieten und durch eine gesunde Belegschaft erfolgreich sein? Von den über 40.000 Personen, die ich den SDK-Gesundwerkern zugeführt habe, bekomme ich durchweg positive Rückmeldungen. Die SDK ist ein toller Partner. Wir bieten Ihnen ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Gesundheitskonzept. Auf Wunsch auch in Kombination mit einer betrieblichen Krankenversicherung. Denn gute Arbeit beginnt mit Gesundheit. Die SDK-Gesundwerkern